Nachdem ihr das Monster eliminiert habt, kommt ihr automatisch auf der After-Party von Kid Larois hin. Setzt jetzt hier ein E-Mod ein, schon habt ihr die Aufgabe Tanze auf der After-Party von Kid Larois Verrückte Träume erledigt. Sammelt jetzt die Musiknoten ein, dann könnt ihr die Aufgabe Sammle Musiknoten in der After-Party von Kid Larois Verrückte Träume auch abschließen. Insgesamt müsst ihr hier 5 solche Musiknoten einsammeln und schon habt ihr beide Aufgaben in einem Match erledigt. Ich packe euch noch in der Videobeschreibung den direkten Inselcode zur After-Show-Party.